Hallöchen und herzlich willkommen zu Defemeremba, deiner täglichen Ephemera-Inspiration im Dezember. Mein Name ist Luise Heinzel und in Zusammenarbeit mit 49 Dragonflies zeige ich dir verschiedene Wege, wie du dir dein eigenes Junk Journal Ephemera selber machen kannst. Unser heutiger Prompt lautet Flügel und Etikett. Hm, wenn du mich vielleicht kennst, dann weißt du, ich mag es sehr gerne, so ungewöhnliche Dinge in meinen Junk Journal Projekten unterzubringen. Und so möchte ich das auch heute tun und einige Ginkgo Blätter als Flügel verwenden. Ich habe mir außerdem hier so ein kleines Etikett aus meinem Vorrat hingelegt. Später werde ich aber zu der Lösung kommen, mir ein eigenes Etikett zu machen, weil dieses hier zu klein ist. Jo, apropos selber machen. Wir werden heute ein paar Ginkgo Blätter selber malen mit Wasserfarbe. Denn ich habe mir überlegt, nicht jeder hat, so wie ich, einen Special Ginkgo Baum zu Hause stehen. Ist kein Witz, ich habe tatsächlich ein Ginkgo Bäumchen, das ich aus einem Ginkgo Samen, den ich in Rom aufgesammelt habe, selber gezogen habe. Und dieses sind ein paar wenige Blätter dieses Baumes. Dieses Jahr hat er leider noch keine gehabt. Ich hoffe, dass der mir nicht gestorben ist und nächstes Jahr vielleicht wieder ein paar abliefert. Aber dementsprechend wertvoll sind für mich diese Blätter. Klar, ich hüte die wie so kleine Schätze. Die kommen irgendwann mal auf ein ganz spezielles Projekt, aber nicht auf dieses. Dafür ist es nicht speziell genug. Ich muss da den richtigen Zeitpunkt erwischen, wo ich die originalen Blätter verwenden möchte. Und außerdem gehe ich natürlich auch davon aus, dass nicht jeder von euch zu Hause solche getrockneten Ginkgo Blätter rumliegen hat. Und ich will ja nicht, dass ihr mir davon rennt und dieses Video ausschaltet. Sondern ich möchte euch eine Möglichkeit zeigen, wie ihr das ganz einfach auch selber machen könnt, wenn ihr Ginkgo Blätter verwenden wollt. Ich habe hier ein relativ billiges Wasserfarbenpapier, hier Aquarellpapier genommen. Das ist so ein Block vom Action. Wie gesagt, nicht besonders hochwertig, weil ich gerne auch zeigen möchte, dass das auch auf dem billigsten Papier geht. Ihr könnt natürlich auch ein etwas dickeres, weißes Papier nehmen. Müsst ihr mal gucken, wie gut das mit Wasserfarben verwendbar ist. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Aquarellpapier überflüssig ist. Auf gar keinen Fall. Es ist immer gut, wenn man ein bisschen was Hochwertiges im Schrank hat. Aber Defemorember ist auch eine Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, Experimente zu wagen. Ich habe vorher zum Beispiel auch noch nie solche Blättchen gemalt. Das war das erste Mal. Und ich möchte euch gerne ermutigen, auch so etwas mal auszuprobieren. Und ich möchte nicht, dass es daran scheitert, dass man sagt, ich habe jetzt keine professionellen Wasserfarben, ich habe kein professionelles Papier. Warum sollte man das nicht zum Testen, ob einem das überhaupt auch gefällt, ob einem das liegt, so etwas zu malen. Warum sollte man das nicht zum Testen auf den billigsten Dingen tun? Ich weiß wohl, manchmal, wenn man billiges Papier verwendet, gerade im Aquarellbereich, dann erzielt man nicht so schöne Ergebnisse. Aber ich glaube, man kann trotzdem feststellen, ob einem dieses Medium gefällt. Und wenn ja, dann kann man sich ja immer noch teureres Papier, hochwertigeres Papier zulegen und hat nicht gleich am ersten Tag, wenn man das ausprobiert, so viel Geld ausgegeben. Ich habe hier erstmal die Form der Blätter, wie man sehen konnte, da so original abgezeichnet. Das ist gar nicht so ein dummen Trick von mir, weil die haben ja so eine ganz spezielle Form. Und ich wollte das schon so haben, dass man das wirklich auch erkennt, dass das Ginkoblätter sein sollen. Um das anzumalen, habe ich mir zugegebenermaßen ein Referenzfoto von Pinterest gesucht. Und zwar eines, wo tatsächlich jemand das mit Wasserfarben auch gemalt hat, solche Ginkoblätter. Die getrockneten Ginkoblätter sind in der Realität, also die echten Blätter, sehr kontrastlos, wenn die trocken sind. Und ich wollte das hier ein bisschen übertriebener, ein bisschen künstlerischer einfach haben. Und diese schönen Farben vor allen Dingen auch verwenden. Dieses leuchtende Gelb in Kombination mit diesem etwas lindgrünen Aschgrüngrau gefällt mir ganz gut. Und da ich sie ja nicht als Ginkoblätter verwenden werde für ein Ginkobbaum-Junkjournal-Projekt, dürfen die ruhig ein bisschen auffälliger auch aussehen. Bei einem habe ich hier versucht, mit einem braunen Feinliner noch so ein paar Blattadern zu ziehen. Das hat mir aber nicht so gut gefallen. Ich hatte noch versucht, das mit so ein bisschen Wasser zu verblenden. Hat mir nicht so gut gefallen, deswegen habe ich das bei den anderen drei nicht gemacht. Aber auch das ist eine Erfahrung wert, solche Dinge auszuprobieren und dann festzustellen, dass man das vielleicht nicht so gern leiden mag. Hier verblende ich das jetzt, wie gesagt, noch so ein bisschen mit Wasser. Mir wird das da an der Stelle gerade ein bisschen sehr dunkel. Deswegen fummel ich da auch so vorsichtig rum. Ja, ist Geschmackssache. Wenn man mehr Kontrast braucht oder wenn man vielleicht diese Blättchen für was anderes verwenden will, als ich es jetzt hier tue, kann das ja vielleicht auch sinnvoll sein. Deswegen habe ich diesen Schritt auch im Video drin gelassen und zeige euch das hier trotzdem, was ich da gemacht habe. Ich habe dann anschließend eine Kopie gemacht von meinem Original. Ich habe für das Original ungefähr zwei Stunden gebraucht und da habe ich mir gedacht, ne, also wenn es jetzt hier in die Hose geht, was ich tue oder tun will, muss ich das alles noch mal malen. Also habe ich diese Kopie gemacht und war doch relativ überrascht, wie unterschiedlich diese Farben rausgekommen sind. Ich habe das nicht digital im Photoshop bearbeitet oder so, sondern das habe ich einfach nur auf meinen Kopierer gelegt. Und ja, der scannt ja vorher und druckt es dann aus und dadurch wird das halt eben so. Ich finde das irgendwie ganz cool, weil die Farben jetzt noch ein bisschen kräftiger sind. Das schaut noch so ein bisschen so poppiger, Art-Journal-mäßiger aus. Um jetzt einen Schmetterling aus diesen beiden Ginko-Blättchen hier zu machen, also Flügelschmetterling und so, ne? So viel zum Thema Prompt-Liste. Habe ich mir als Referenz meine Original-Blättchen genommen von dem Baum, denn das war auch der Ausgangspunkt meiner ursprünglichen Idee. Ich hatte mir die schon da so übereinander hingelegt und gedacht, Mensch, da könnte man jetzt so ein Schmetterling draus machen. Und daran orientiere ich mich jetzt, wenn ich meine kopierten, selbst gemalten Blätter übereinander lege. Wenn du dir vielleicht gerade denkst, boah, jetzt erzählt die mir da sowas, ich soll hier mit Wasserfarbe Ginko-Blätter malen, das kann ich nicht oder habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keine Zeit, aber ich will trotzdem solche Blätter, damit ich mir solche Schmetterlinge machen kann. Dann schau bitte unten in die Infobox. Als kleine Überraschung habe ich dir für heute ein Freebie gemacht, wo du diese Ginko-Blätter, die ich selber gemalt habe, drauf finden wirst. Das ist ein digitaler Download auf meiner Bei-mir-Coffee-Seite. Dort findest du das, ja, sodass du dir das runterladen und ausdrucken kannst. Kleiner Hinweis für alle verwirrten Menschen da draußen. Zugegebenermaßen ist das etwas kompliziert auf dieser Bei-mir-Coffee-Seite, beziehungsweise etwas verwirrend aufgeschrieben. Da steht Pay a fair price, wenn du versuchst, das runterzuladen. Wenn du das als Freebie, was es ja ist, haben möchtest, schreibst du da bitte einfach 0 Euro hin und drückst dann auf Weiter, dann bekommst du das selbstverständlich kostenlos. Du kannst auch ein bisschen was spenden, wenn du möchtest, das ist aber selbstverständlich freiwillig. Ich wollte das hier nur nochmal kurz erwähnt haben, weil das da etwas kompliziert ist auf dieser Seite und etwas verwirrend geschrieben. Kurzzeitig hatte ich überlegt, oh, man könnte das hier vielleicht so aneinander halten, beziehungsweise kleben. Guckt euch das mal an, das schaut jetzt aus wie so eine Lilien- oder Stiefmütterchenblüte. Hier erkenne ich wieder mal den Vorteil, wenn man mehrere von der gleichen Idee, also mehrere Ephemera-Teilchen von der gleichen Idee gleichzeitig macht, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, dann hat man viel mehr Möglichkeiten, so umeinander zu spielen. Hätte ich nur einen Schmetterling gemacht oder zwei, dann wäre mir die Idee mit den Blüten wahrscheinlich gar nicht gekommen. Mein kleiner Tipp, macht euch immer mehrere von den Ephemeras, die ihr gerade so vor eurem inneren Auge habt. Hier ist der nächste Buchstabe für das Gewinnspiel. Alle Informationen, falls du hier neu bist und nicht weißt, wovon ich rede, befinden sich unten in der Infobox. Dort ist ganz genau aufgeschrieben, wie du an meinem Gewinnspiel teilnehmen kannst. Das während dieser Dezember-Serie hier läuft auf meinem Kanal. Diese Schmetterlinge brauchen natürlich noch so etwas wie einen Körper, also habe ich mir jetzt hier ein weiteres Stückchen Wasserfarbenpapier genommen, ein bisschen mit so einer wasserlöslichen Kreide drauf rumgekritzelt und dann habe ich das so vermischt, sodass ich so ein schönes Vintage-Braun-Gelb kriege. Ich wollte das extra nicht so ganz gleichmäßig haben, sondern so ein bisschen, ja, das einfach ein bisschen interessant aussieht, oder? Und zu diesen Wasserfarbenblättern passt. Das habe ich dann hier so ein bisschen so randomly ausgeschnitten, also wie so eine kleine längliche Bohnenschote, sage ich jetzt mal. Das habe ich komplett frei Schnauze gemacht, weil dieser Schmetterling besteht aus Ginkoblättern. Also warum soll der Körper, jetzt wer weiß, wie realistisch aussehen, warum soll ich mir da den Stress geben, einen realistischen Schmetterlingskörper zu schneiden? Das wäre jetzt irgendwie völlig überflüssig und ein bisschen vergeben Liebesmüh. Also habe ich mir hier einfach so kleine Bohnen geschnitten, auch ein bisschen unterschiedlich groß, ein bisschen unterschiedlich dick und so weiter, sodass die Schmetterlinge alle im Einzelnen auch so einen eigenen Charakter bekommen und jeder ein bisschen unterschiedlich aussieht. Um die noch ein bisschen dreidimensionaler aussehen zu lassen, habe ich mit der schwarzen Kreide hier am Rand noch so ein bisschen dunkel gemacht. Auch oben, wo das Köpfchen von dem Schmetterling ist, habe ich es einfach ein bisschen schwarz angemalt und so ein paar quer so, ne, wie diese kleinen Rillen, die der Schmetterling auf seinem Körper da so hat, habe ich einfach so angedeutet und das dann später so ein bisschen verschmiert. Ich finde, das schaut ganz interessant aus, das ist sehr abstrakt, aber genau so wollte ich das ja auch, denn es sind ja auch keine echten Schmetterlingsflügel, also darf der Körper auch abstrakt sein. Mit Buchbindeleim habe ich das Ganze zusammengeklebt, auch die Flügel schon. Ähm, ich finde den perfekt zum Kleben, weil da wellt sich nichts, der zieht relativ schnell an und hält natürlich bombenfest, gerade wenn man so Fotopapier, auf das ich das hier gedruckt habe, zusammenklebt, hält das ganz wunderbar. Dann schaut das Ganze mal so aus und dann hatte ich da so eine kleine Krise, äh, beziehungsweise so eine Meinungsverschiedenheit mit mir selbst, weil mir auf einmal diese Schnuppel da oben als Fühler nicht mehr gefallen haben. Das waren ja ursprünglich die Stängel von den Ginkgo-Blättern und zuerst hatte ich die drangelassen, ähm, aufgrund von Vorstellungskraftmangel, weil ich nicht genau wusste, wie das aussehen wird später. Aber dann waren mir die zu massiv und ich habe gedacht, ich nehme mir jetzt hier einfach so andere Fühler. Ähm, das, was ich hier in meiner Dose habe, das sind so kleine Dinger, die man normalerweise benutzt, um so, ähm, Blütenkelche zu machen, bei Papier- oder Stoffblüten, die man so selber macht. Ähm, und ich finde die ganz cool. Ich nehme die sehr häufig, also ich meine, wenn ihr meinen Kanal kennt, dann wisst ihr schon, was jetzt kommt, ne? Dann kennt ihr das schon. Ähm, ich finde es richtig, richtig cool, weil die so filigran sind. Und das hilft natürlich auch sehr, wenn man zum Beispiel einen Schmetterling aus einem Buch oder so ausschneidet, dann, äh, hat man im Regelfall sehr große Probleme, die Fühler mit auszuschneiden. Also, amputiert man die meistens zuerst und überlegt dann, wie kriege ich da jetzt neue Fühler dran. Und, ähm, ich finde, das hier, das passt ganz gut. Ähm, die haben eine relativ gute Größe. Ähm, hier sind sie jetzt sehr kurz und nicht, wer weiß, wie sichtbar. Das werde ich später noch ändern. Aber dieser Schmetterling ist auch sehr groß. Also, wenn ihr den mit meiner Hand vergleicht, seht ihr schon, der ist relativ groß. Für die allermeisten, sagen wir mal, herkömmlichen Schmetterlinge sind diese Blütenkelchdinger ganz gut geeignet. Und ich, ähm, zwirbel die immer einmal so ein bisschen um, sodass dann eigentlich diese beiden, äh, Teile da überkreuz übereinander liegen. So stehen die dann auch relativ cool dann so von dem Schmetterlingsköpfchen weg. Dann habe ich da so einen Vogel gekriegt mit hier so Federn. Habe ich mir gedacht, das könnte doch vielleicht ganz gut aussehen. Luise, was meinst du denn hier so? Ich hatte die Federn schon für andere Projekte für diese Dezember-Serie verwendet und die lagen da so rum. Und ich habe mir gedacht, irgendwie habe ich das Bedürfnis, dass diese Schmetterlinge flauschig werden. Kennt ihr das? Wenn ihr einen Schmetterling in echt seht und der hockt vielleicht irgendwo in eurer Nähe, man hat dann immer so dieses übernatürliche Bedürfnis, den zu streicheln. Das macht man selbstverständlich nicht. Man sollte ja nicht die Flügel eines Schmetterlings berühren. Ihr wisst schon, hier dieses Schutzdingsbums, was da drauf ist, das darf man ja nicht machen, das tut man ja auch nicht. Aber dieses Bedürfnis ist irgendwie immer da. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt können wir doch mal hier die Chance nutzen, dass wir den sozusagen streichelbar machen. Jetzt habe ich mir hier erst mal dieses Gefutzel hier unten von den Federn abgerissen, weil ich gedacht habe, dass ich gleichzeitig Flauschigkeit und auffälligere Fühler hinbekommen kann, indem ich die Federn so überkreuz lege und die Kiele von den Federn oben rausschauen lasse und das Flauschige unten bei den Flügeln rausschauen lasse. Jetzt sieht man aber, dass das verhältnismäßig komisch aussieht. Das schaut so aus, als hätte ich vergessen, die Dinger da oben abzuschneiden. Wenn man nicht weiß, dass das eine Feder ist, was da oben rausguckt, dann schaut das fast ein bisschen so plastikmäßig aus. War ich nicht ganz so glücklich damit. Während ich nach einer Lösung für dieses Problem suche, zeige ich euch hier den nächsten Buchstaben für das Gewinnspiel. Das wäre mal dieser hier. Vielleicht gibt der Satz, den ihr da bilden sollt, schon inzwischen eine kleine Art von Sinn. Ich hoffe es sehr. Und ja, dann bin ich da auch schon gleich zu einer Lösung gekommen. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich das so. Ich zerschneide diese Federn in zwei Teile. Also für dieses Projekt bräuchtet ihr jetzt 2, nein, 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 das stimmt nicht. 1,5 Federn braucht ihr für diese Art von Arrangement hier drauf. Ich habe jetzt hier unten diese zwei Teile, also das breitere Teil von der Feder, also ja, sieht man ja, das ist eh schon verstanden. Das klebe ich erstmal mit Washi-Tape fest, damit ich später die Chance habe, das eventuell noch zu verrücken. Wenn ich das gleich mit Kleber festklebe, dann ist das da und dann ist das da bis zum St. Nimmerleins Tag. Washi-Tape hält das hier in diesem Fall in seiner Position und ich habe die Möglichkeit, das noch zu verändern. Wenn ich das fertige Ephemera-Teilchen später in mein Journal tue und da passen Federn zum Beispiel überhaupt nicht rein, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, die Federn später wieder abzunehmen, bevor ich das auf mein Label später draufklebe, natürlich, aber so habe ich ein bisschen mehr Flexibilität. Und einen Teil von, also, ne, den zweiten Teil von einer weiteren Feder, also, mein Gott, dieses hier, dieses Ding hier, das nehme ich jetzt und benutze das zur Verflauschigung der Fühler. Dafür habe ich einfach diese kleinen Futzel da zur anderen Seite, als sie natürlicherweise wären, umgebogen und so ein bisschen gestrichen, einfach so mit den Fingern und jetzt sieht es so aus, als wenn der da oben so kleine so Haare hat. Also, ja, außerdem, also manchmal glaube ich schon meinen, meinen Geisteszustand, der leidet schon extremst während dieser Dezember-Serie. Also, das muss ich schon sagen, der Film Remba ist nicht so ganz ungefährlich. Ich weiß jetzt nicht, ob Arzt und Apotheker euch irgendwelche Hinweise zu Nebenwirkungen geben können, aber ich kann das durchaus tun. Wenn man so eine Videoserie vorbereitet, dann gräbt man irgendwann an seinen Limit. Ich hatte auch immer eine Tasse Kaffee, wie man hier sieht, auf meinem Tisch stehen. Vielleicht hat es auch gar nicht am Defermer-Ramba gelegen und nur am Kaffee. Zu viel Kaffee macht auch ein bisschen Gaga, ne? Ja, okay. Nichtsdestotrotz haben wir eine Lösung gefunden für die Flügel, für die Flügel, sag ich schon, für die Fühler und dementsprechend mache ich das jetzt bei allen anderen Schmetterlingen hier auch so, schneide mir das da oben ab und befestige dann die Federn auf die gleiche Art und Weise und diese kleinen Fühlerchen hier auch, wie ich das bei dem anderen auch schon gemacht hatte. Dieses hier war mein ursprüngliches Label. Ich hatte zuerst gedacht, das schaut nicht schlecht aus mit dieser Schrift da drauf. Dann habe ich aber festgestellt, dass das ein bisschen zu schmal ist für das, was ich in meinem Kopf hatte. Außerdem ist Defermer-Maremba dieses Wort Defermer-Maremba auch eine Chance, Dinge auszuprobieren, Dinge selber zu machen und nicht immer das zu verwenden, was man da sowieso schon rumliegen hat. Also machen wir uns ein paar Labels auf ganz simpelste Art und Weise einfach selber. Dafür nehme ich hier ein Kaffee-gefärbtes Papier und reiße mir das einfach auf die richtige Größe, wie ich das gerne haben wollte. Dieses ist auch im Übrigen einfach so ein Abfallstückchen gewesen, als ich mal Junk-Journal-Seiten zurechtgeschnitten hatte, ist das übrig geblieben. Solche Streifen hat man ja sehr häufig und die, finde ich, eignen sich sehr gut für so ein Label-Projekt wie dieses hier. Jetzt habe ich mir die erstmal alle hier auf meinen Tisch gelegt und besprühe die für den bisschen so Vintage-Touch mit einer Mischung aus Distress Oxide Ink, Refiller im Farbton Vintage-Photo und Wasser. Das habe ich mir einfach in dieser Sprühflasche so zusammen gemischt und das sprühe ich jetzt hier so drauf und wenn das getrocknet ist, schaut das richtig cool aus. So nämlich. Und um diesem Label noch einen Rand zu geben, also diesem Etikett, sagt man ja auf Deutsch wohl, ich vermische immer die englischen und die deutschen Wörter, Entschuldigung, mache ich jetzt hier einfach so einen schwarzen Rand mal. Man könnte das auch mit Distress Ink Distressen natürlich, aber der Kontrast der Schmetterlinge ist auch relativ groß und ich finde, da passt jetzt schwarz als Umrandung für dieses Etikett ganz gut. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen so einen auffälligeren Touch und ja, mit so einer wasserlöslichen Kreide könnt ihr das ganz einfach da so drum rum malen und so verschmieren. Das Ganze würde natürlich auch mit Wasserfarbe funktionieren. Ihr könnt den Rand von so einem Etikett auch in Kaffee eintunken, dann kriegt ihr natürlich einen Braun, ist ja logisch, oder Kaffee mit irgendwas Schwarzes, hier Acrylfarbe, Wasserfarbe vermischen und dann eintunken, schaut auch cool aus. Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten genug, um so einen schwarzen Rand da drum zu kriegen. Und ich stempele jetzt hier einmal Note und auf einige der anderen Labels stempele ich Date, also Notizen und Datum, denn ich möchte diese kleinen Ephemera-Teilchen hier später in verschiedenen Journals unterbringen und nicht alle in demselben, denn das wäre mir jetzt ein bisschen too much, ein bisschen overloaded und so, also zu viel von solchen auffälligen Dingen in einem Journal zu haben, finde ich ein bisschen zart. Und ich suche natürlich jetzt hier etwas, was ich in jedem Journal gebrauchen kann. Ich möchte, dass diese Etiketten mir später sehr vielseitig einsetzbar sind und Notizen und Datum braucht man in jedem Journal, also war das die Lösung, das da drauf zu stempeln. Du kannst natürlich alles mögliche dahin stempeln, vielleicht weißt du auch schon in welches Journal du das geben willst, dann kannst du selbstverständlich auch etwas stempeln, was schon dann zu deinem Zweck passt. Also ist ja logisch, ne? Dieser Körper da von dem Schmetterling, irgendwie war mir der zu flach im Vergleich zu den Ginkgo-Blättern und deswegen habe ich den jetzt hier auch nochmal ein bisschen schattiert. Dafür habe ich einfach einen Wassertankpinsel genommen und auch diese wasserlösliche Kreide. Entschuldige bitte, dass man das nicht so gut sieht. Ich halte die da so weit unten am Bildrand fest. Mir ist das nicht aufgefallen, als ich das Video aufgenommen habe. Ich gehe ganz vorsichtig auf die Spitze dieser Kreide und hole mir da ein bisschen von der Farbe runter und dann verblende ich das eben mit diesem Wassertankpinsel. Man kann natürlich auch einfach einen normalen Pinsel mit Wasser nehmen. Allerdings ist das hier für die Kreide etwas besser, weil ich so besser kontrollieren kann, dass mir kein Wasser in diese Kapsel läuft, wo diese Kreide sich drin befindet. Das wäre jetzt nicht so geil, wenn da Wasser reinkommen würde. Dann würde sich das unter Umständen da drin irgendwie auflösen oder so. Das habe ich nicht so gerne. Ja, so schaut das jetzt hier mal aus. Ach so, was ich noch sagen muss, wenn ihr das genauso nachmachen wollt, wie ich es jetzt hier mache und ihr ladet euch das Freebie runter, dann druckt euch das Freebie bitte auf einem matten Fotopapier aus, sodass ihr damit Wasser drauf arbeiten könnt oder fixiert euch vorher den Druck. Hier wäre mal der nächste Buchstabe für das Gewinnspiel, denn wenn ihr das auf normalem Kopierpapier ausdruckt und ihr geht dann mit Wasser darüber, dann blutet natürlich die Tinte vom Drucker aus. Logisch, also bitte nicht enttäuscht sein, sondern vorher überlegen, welches Druckerpapier ihr in euren Drucker reinlegt, damit euch das nicht passiert oder wenn ihr so ein Papier nicht habt, dann lasst einfach die Schattierung weg oder macht die Schattierung mit einem trockenen Medium, was auf eurem Papier anwendbar ist. So schaut das Ganze jetzt mal aus. Ich habe das hier auch noch in verschiedenen Richtungen aufgeklebt, sodass man es horizontal und vertikal verwenden kann und wie gesagt, dass es möglichst vielseitig ist, wenn ich das später in irgendeines meiner Junk Journals reintun will. Und ich finde das auch immer ganz cool, wenn man mehrere von den gleichen Ephemera-Teilchen gleichzeitig macht. Das ist auch der Grund, warum ich das hier getan habe. Ihr wisst, es gibt sehr wenig Situationen, wo ich an meinem Basteltisch sitze und nicht filme. Das heißt also, in den meisten Fällen produziere ich YouTube-Videos für euch, während ich selber da so bastle. Und dann habe ich manchmal das Problem, dass ich einfach schlichtweg keinen Ephemera-Vorrat habe, weil Ephemera-Teilchen gemacht, Ephemera-Teilchen geht in Journal, Journal ist weg und dann ist mein Vorrat leer. Deswegen habe ich jetzt hier einige gemacht, sodass ich eben auch für mich selbst ein bisschen Vorrat habe, aus dem ich unten in der Infobox verlinkt, falls ihr euch da mal umschauen wollt. Ich finde, dieses Papier passt hervorragend zu diesen kleinen Schmetterlings-Dingern hier. Barbara, das hast du gut gemacht, ohne es zu wissen, aber du hast es gut gemacht. Ich finde, es passt so schön dazu. Ja, das war es schon von mir für heute. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Schaut unbedingt heute auch bei Barbara vorbei. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis morgen.